ja ja dafür haben sie wunderbar geschmeckt so und jetzt kommen sie wieder in skype online ich hoffe die rufen nicht an also die von der peter die können mich mal am popo da gibt es ja noch ein ende wo hier in meinem tunnel ist mir vorhin auch aufgefallen dass der tunnel viel zu lang ist oh verdammt das ist nicht auf einer höhe ah nicht so schlimm dann machen wir es nur bis hier okay jetzt müssen wir mal dringend planen und zwar wenn wir einen schnitt machen einen schnitt ja es ist noch nicht winter nach scheiße ich bin so ein großer idiot was für ein idiot jetzt groß großer jetzt habe ich das ganze holz in holzplanken verwandelt und ach man nicht tun sollen auch mufkopf 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 spongebob so das grab hier musste jetzt sowieso weg also hugo du kriegst bald wieder ein neues grab aber das hier muss es leider alles weg ich glaube wir können bei den ganzen friedhof machen ja könnte mir schon lang es sollte mal jemand alle folgen durchgucken und mal gucken wie viele viecher wir jetzt eigentlich hatten weil ich habe total den überblick verloren ja du hast die alle umgebracht ja vor allem nicht ich aber die meisten umgebracht ja du bist doch ein schlurchi echt ein schlurchi ein schlurchi ja schlurchi oder schlurchi schlurchi ja ja nee das war ja das war ja lurchi was für ein lurchi du kennst lurchi den lurch nicht ach so doch das war eine comic figur aus dem zweiten weltkrieg oder so ich weiß es nicht mehr oder davor so wie mickey maus ja so ähnlich wieso nämlich die saplings damit das ist doch unverantwortlich ich pflanze die scheiß dinger sowieso nicht warum denn nicht verdammt noch mal ich scheiße auf den wald ich mache es gerade ein bisschen fertig dass ich hier quasi unsere erdhöhle kill na und aber da fällt mir dann ist schon wieder eine idee ein was man daraus machen könnte eine gedenkstätte nein ja klar wir machen für alles eine gedenkstätte hier waren wir mal lass uns eine gedenkstätte machen gute idee und der erste blumenkreis geht auch drauf für den kommen eine gedenkstätte glaube supi machen blumenkreis als gedenkstätte hast du jetzt mal bergenholz für mich geholt ich habe noch zwei in der kiste super damit kann ich das rauskarten kreis also ich muss mir die rüstung rausziehen ich fahre darüber runter ich bin voll also jetzt nicht voll von wasser sondern voll mit erde ich dachte ich glaube wir machen meinen eingang da einfach weg wo ist die erde kiste dort 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 oder du meine liebe dort komm lass uns ins bett gehen du bist der ausstieg aus der spaß gesellschaft wer hat meine tür offen gelassen du hast du dich eigentlich wieder auszogen ich habe weil ich über runter falle und dann macht das die rüstung ich wollte noch ein bisschen schonen alles klar komprennte so wo war ich stehen ja wo war ich stehen blieben macht da oben also die diamantschaufel ist schon fast wieder hinüber was hast du damit gemacht hast du die mal verzaubert nee ich habe keine dings du brauchst unbreaking ja und vor allem brauche ich dafür na wie heißt das zeug experience so alles wunderbar kann das sein dass wir noch künstler und hatten jetzt muss ich mal reingucken hey ich habe doch extra sagte solche nachschauen ja wir hatten noch welche neben den texturen paket sieht der kommission aus wie künstler und künstler und die komischerweise ja es ist das ist ja was ist es nicht auf das texture pack steckt das was du bist das kann ich mir nicht vorstellen lieber haben wir warum nicht ihr weiß einfach nicht so ist ich habe das beste das ist überhaupt für mein körper ist das ja von honeyball war war nicht das mal gut rum mittlerweile du bist so ein frögel was denn ich sag nur wie es ist es ist mit bestimmten gutes tekst und freie meinungsäußerung gibt es in diesem let's play nicht hast du es noch nicht mitkriegt aber persönlich muss ich sagen dass ich ziemlich scheiße finde das hat ja nicht mit der links ist entspricht einfach nicht meinem geschmack das wollte ich nur sagen alles nicht irgendwie pflanzen sich die blumen von selber ein kann das sein na was das redest du was rede ich denn nein ich meine wenn so ein blumen inventar bobble teil drop rum fliegt dass ich das dann von selber wieder einpflanzt weil früher haben das auch sepplinge auch gemacht soweit ich weiß oder also was du wieder redest das ist glaube ich alles erst dummunterlogen so pass auf ich brauche es mal level level ja wie viel hast du noch gar nichts mehr oder ein level wo das ist wow ich habe 30 stück verwendet für oder aber ich habe doch zombies rumgeschrien jetzt habe ich level 6 das bringt ja überhaupt nichts da brauche ich die level zum reparieren der schaufel und dann kann ich sie nie entscheiden ich glaube die entscheidende ja das habe ich ja vorhin mal kann ich ja mal sagen hier in meinem single player ja sollte ich meine meine entscheidende spitzhacke reparieren ja und das hat 33 level kostet ja das ist ja bekannt das ist bekannt aber ich wusste das nicht ich fand ich war empört du hast empört also das ist wucher ich muss schon mal sagen die preispolitik von dem schmied das ist weil ich bin der schmied ja nicht feierlich das ganze nein nicht ich habe mich nur verbaut dann geht es ja nur keine bange da 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 ja metal ah nee haben wir nicht ich brauche mehr metal in der playlist was ich stehe ja mehr so auf popmusik ja miley cyrus finde ich ja ziemlich gut die ist heiß das ist meine traumfrage hier ist noch die kiste ich dachte schon aber ich bleibe so eine kiste vor mir ist das meine nein das ist die blumenkreis kiste da war doch noch holz drin da kommt holz hin da kommt holz hin wird das schon wieder dunkel quatsch es ist helllichter mittag mittagssonne das mit der schaufel ist echt dämlich oh gott was war das denn was denn dein haus was hast du ich finde es unpassend weißt du guck einfach nicht hin ja das ist ein let's play wie soll ich denn nicht hingucken ist es ja noch nicht mal fertig du ja ich meinte nur weil das helle holz da nicht so hin passt aber wenn es in deinem texture pack anders ist ist ja in ordnung es ist hell aber es ist mir auch egal was du denkst aber wir haben auch noch mal viel eisen oder gar nichts mehr ach so du hast du hast du eine holzkiste da unten drin du hast doch eine verdammt ja damit ja super vier stück das reicht genau so jetzt haben wir vier schaufeln das schau mal wie weit wir damit kommen ach so wir sollten vielleicht die bäume vorher abpflanzen bevor man immerhin kommen und ja ich habe gerade abpflanzen gesagt weil du kein deutsch kannst dankeschön ja es stimmt halt wirklich teilweise ich bin so ein sprachlegastheniker ich habe hier von zwei bäume weggemacht wo sind die saplingen du kannst die die hier gleich runter fallen eher dann auch mitnehmen brauche ich nicht brauchst du nicht nee warte ich habe noch welche im inventar guck mal her was sind das welche ja ok ok ja pflanze einfach irgendwo bau einen schönen wald an du kannst es so gut nee ich packe jetzt erst mal eine kiste und bagge bagge wo bin ich denn jetzt die bürke pflanze ich hier hinten an hier aua ok ich glaube wir haben alle so provisorisch noch damit man die aufweite ja ich wollte es nur sagen du alter professor damit du weißt was ich mache weil ich holz brauche ich hatte doch mal dreck nee glaube ich nicht du wir haben eine dreckkiste die ist halb du hast ja meine kiste vergrößert das finde ich ja nicht ja weil ich eine kiste gefunden habe und wollte es dann im inventar rumschleppen und dann dachte man einfach zack ist ja nett weil ich habe so viel scheiße das muss alles erstmal weg alter du räumst das nie wieder auf das ist ja klar oder ich lass das einfach verstehen ja jetzt machen so in folge 7000 steht sie da ich bin schon wieder voll alter haben wir haben wir noch glas nach ich gucke einfach nur halt in der glaskiste ich weiß es doch wir haben keine glaskiste wir haben eine sandkiste und glas ja ich weiß ja nicht mal wie mein hund heißt wieso reich der folgen könntest du jetzt mal wieder das feld anpflanzen du faule ja kannst du ein bisschen netter zu mir sein ich bin nett zu dir brauchst du futter oder was hat wir nicht mal greffel verdammt auch hier brauchst du futter ja so pass mal auf jetzt hier hast du brot mucho was wollte ich dann auch reinschmeißen was ist denn alles drops hier bauen und hier an ihr haben wir schon haben wir eine flower kiste ja wir haben eine bioleck kiste flower power ach das fand ich hier ja auch doof ne machen wir später machen wir später ja machen wir später ja machen wir später das wird genauso später gemacht wie dass ich meinen kiste ausräume so jetzt noch die flowers da rein wo haben wir denn zack aber wir haben wir pilze wir müssen eine pilzfarm bauen dann müssen wir doch gar nicht das wäre vorteil aber finden sowieso keins ne hier gibt es ja keins verdammt ich bin so eine nuss das ist doch haben wir noch haben wir noch ne haben wir nicht ich gucke einfach ne haben wir nicht vor wie viel sand wir haben haben wir ich verarbeite jetzt einfach mal zwei stecks zu glas haben wir echt zu viel ja woher denn ich weiß nicht wo das herkommt weil wir vielleicht aus dem dungeon noch wir haben doch keinen sand mitgenommen das sind doch tausend mal creeper explodiert wir haben so viel sand mitgenommen und vor allem in den schuhen das setzt sich ja fest das hast du ja sofort in den sohlen und überall also versuchst du lustig zu sein nein ich versuche das irgendwie logisch zu erklären dass man irgendwie zwei tonnen sand in der in der hose hat siehst du du musst lachen ich war lustig vielleicht vielleicht so jetzt mache ich einfach mal drücken machst du das denn das ist der vogelbild was war ich mal dazu und dazu durch da erde rein aber jetzt wird es dunkel tatsache ja das das reicht vielleicht noch ein paar bäume reaktionen das ist unglaublich wie schnellste immer dunkel wird ja es ist unfassbar schneller unfassbar 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 ganz genau so der bomb kommt weg kommt der welt jawohl gut